Heute werde ich dir die absoluten Grundlagen der Ölmalerei erklären. Wenn du also noch Anfänger bist oder gerade starten möchtest, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Hi, ich bin Simon Gilmeister, ich bin professioneller Künstler, ich male unter anderem solche realistischen Ölportraits und ich möchte dir heute einfach mal zeigen, wie auch du starten kannst, dann ist es viel einfacher, als man oft denkt. Fangen wir einfach mal an mit einem sehr grundlegenden Punkt. Und zwar, du musst erst mal die Angst verlieren und sehr einfach starten. Ich kenne es nämlich von mir selber auch, ich wollte immer das Ölmalen starten, habe aber immer Angst gehabt und ich habe gedacht, das ist so kompliziert mit den Ölfarben, mit dem Lösungsmittel, was ich da machen muss, wie ich das mischen muss. Und ich habe gedacht, das ist wirklich was, wo man nicht einfach mal starten kann und man muss, wenn, dann das gleich so richtig, richtig heftig starten mit einem Lehrer und was weiß ich. Aber lass dir gesagt sein, es ist einfacher, als du denkst. Probier es einfach mal aus. Und mein Tipp hier ist, starte mal einfach. Also mach nicht jetzt direkt so ein Ölportrait, weil das ist natürlich das Schwerste meiner Meinung nach, weil da alle Proportionen und so weiter passen müssen, plus die Farbe, plus die Helligkeit und so weiter. Wenn du dir jetzt aber einfach mal eine simple Vase nimmst oder ein Glas oder einen Teller, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so richtig interessant ist, aber zum Üben ist es sehr gut, da mal anzufangen, weil hier ist es einfach nicht so wichtig, wie hell das ist, wie jetzt die Farbe ganz genau ist, ob die ein bisschen unterschiedlich ist. Du kannst einfach mal lernen, wie du mit dem Pinseln umgehst, wie du das Öl reinmischt und solche Sachen. Und hast dann trotzdem die ersten tollen Erlebnisse, einfach mal sozusagen mit der Farbe gespielt zu haben. Du kannst auch erst mal abstrakt zum Beispiel anfangen. Da kannst du ja gar nichts falsch machen. Da probierst du dich einfach mal aus. Das ist also auch eine Möglichkeit. Das ist also mein Punkt 1. Zweiter, sehr wichtiger Punkt natürlich. Was brauchst du für Material zum Starten? Hier werde ich mich jetzt natürlich begrenzen. Es gibt sehr, sehr viele Sachen. Ich will das jetzt nicht so ausschweifen lassen und genau sagen, welche Farben, sondern nur mal ganz grundlegend. Wenn du aber findest, dass ich da mal ein Video zu machen soll, wo ich ganz genau sage, welche Farben und welche Pinsel ich benutze, kann ich dann noch mal in einem extra Video ins Detail gehen. Ansonsten zeige ich dir jetzt einfach mal die Grundlagen, die du brauchst, ganz allgemein und verlinke dir unten in der Beschreibung die Materialien. Fangen wir also einfach mal an. Ganz klar, als allererstes mal, du brauchst natürlich die Farben. Hier gibt es sehr große Unterschiede von den Preisklassen. Hier, wenn du Anfänger bist, nimm erst mal was Günstiges. Vielleicht nicht das aller, aller Günstigste, aber so was ganz Normales, wo es eine so eine Tube 5 oder 7 Euro kostet, kann man schon machen. Man kann vielleicht auch noch ein bisschen was Billigeres finden, aber so jetzt was komplett Billiges, ja, muss man ausprobieren. Was du hingegen nicht brauchst, ist jetzt sowas hier. Ich habe von den Farben, ich weiß nicht, 10, 15 Stück. Die hier kostet jetzt, glaube ich, um die 50 Euro eine Tube. Da musst du natürlich nicht hin. Ich sage aber auch dazu, solche Farben halten ewig lang. Die ist so pigmentreich, da mache ich einen Tropfen rein und das wird alles orange. Also das mal so zum Beispiel. Fang einfach hier mit einer günstigen Farbe an. Das passt wunderbar. Okay, was noch? Für mich auf jeden Fall ein Malermesser, Spitz, einfach umzumischen. Damit kannst du deine Farben dann schön auf der Mischpalette mischen. Was der nächste Punkt ist, du solltest auf jeden Fall eine Mischpalette haben. Entweder so eine. Ich habe noch eine Graue, die ich sehr gerne auf dem Tisch liegen habe. Warum Grau? Weil Grau eine neutrale Farbe ist, die ungefähr in der Mitte liegt. Das heißt, Sachen wirken nicht zu hell, nicht zu dunkel, sondern die ist in der Mitte und dadurch kann ich sehr gut mischen. Es geht aber natürlich auch mit solchen sehr gut. Deshalb, die Mischpalette brauchst du auf jeden Fall. Weil man beim Ölfarbenmalen halt schon sehr viel auf dieser Mischpalette mischt. Dann natürlich, was kommt nach dem Anmischen? Pinsel. Hier kannst du mal ganz einfach anfangen mit ein paar Flachpinseln. Also was ganz einfach. Das ist auch nicht teuer. Schau aber, wenn du was Feines malen willst, sollten die schon sehr weich sein. Hingegen, wenn du grob malen willst, dann gibt es diese Borstenpinsel. Die werden oft verkauft als Ölfarbenpinsel, weil die eben sehr stark sind und die Ölfarbe manchmal sehr pastös ist. Aber ich male zum Beispiel gar nicht mit denen. Ich male nur mit sehr feinen Pinseln, weil ich eben auch sehr feine Strukturen male, wo ich nicht die Farbe so stark wegschieben möchte. Also hier auch nicht schwer. Hol dir einfach mal zwei, drei Pinsel, fünf Euro, zehn Euro um den Dreh und dann bist du da auch dabei. Okay, soweit hätte jetzt vielleicht auch jeder Anfänger mal denken können. Vielleicht hatten wir jetzt das Messer nicht auf dem Schirm gehabt. Aber was jetzt kommt, ist, wo viele Leute immer fragen, was brauche ich hier noch bezüglich den Lösungsmitteln und Medien für die Ölfarben. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Und zwar habe ich hier einfach ein Lösungsmittel. Hier muss man natürlich aufpassen mit dem Dämpfen. Die sollte man nicht einatmen, gute Lüftung und so weiter. Und ein Leinöl zum Beispiel. Diese Sachen mischt man dann in die Farbe. Da gehe ich aber gleich nochmal in einen weiteren Punkt drauf ein. Wenn du die zwei Sachen hast, bist du schon mal ausgestattet. Und ich weiß jetzt nicht, was das kostet. Fünf Euro vielleicht. Hier vielleicht auch nochmal sieben Euro. Und dann hat man das auch. Und das hier hält natürlich ewig. Also bis man das leer hat, kannst du hundert Bilder malen wahrscheinlich. Nicht ganz, aber viele. Okay, was brauchst du noch hier? Auf jeden Fall zwei Behälter. Warum? Also ich habe immer zwei Behälter, nicht einen. Weil in einem Behälter habe ich einfach nur Lösungsmittel oder zum Beispiel einen Pinselreiniger. Aber in dem Fall sollte es jetzt Lösungsmittel sein, wenn ich da wieder weitermale. Um meine Ölfarbe, also wenn ich gerade von dem Bild komme, habe gerade gemalt, dann gehe ich in den Pinselreiniger, in das Lösungsmittel rein, um meinen Pinsel wieder sauber zu machen. Und dann säuber ich ihn und dann gehe ich auf meine Mischpalette. Wenn ich auf der Mischpalette nicht genügend Öl habe oder Medium, Öl, also diese Mischung, die ich dir dann gleich noch erkläre. Dann hole ich es mir aus dem anderen und bringe etwas Öl auf meine Mischpalette auf. Deshalb habe ich immer zwei. Eine zum Reinigen, eine für sauberes Öl. Okay, das ist es also dazu schon mal. Was noch ganz wichtig ist, natürlich ein Malgrund. Da gibt es verschiedene. Da gibt es aus Baumwolle, da gibt es aus Leinen. Und die sind auch nicht teuer. Die kannst du dir vorgrundiert holen für den Anfang. Da ist man teilweise mit zwei, drei Euro schon dabei. Wenn man dann besser wird und nicht mehr am Ausprobieren ist, kann man sich natürlich teurere kaufen. Da gibt es nach oben sehr viel Spielraum. Und ansonsten immer mit dabei, ein Zeva zum Abputzen der Pinsel und dann später zum korrekten Entsorgen. Das ist also alles, was du brauchst, um zu starten. Wenn du dich jetzt fragst, wie viele Farben brauche ich, kauf dir vielleicht mal einen Grundsatz von fünf bis acht Farben und starte damit. Du kannst damit alles mischen. Da sind meistens die Grundfarben schon drinnen, die dazu geeignet sind, fast alle Farben vom Farbspektrum zu mischen. Das solltest du auch lernen. Deshalb starte jetzt nicht mit irgendeinem Set mit 100 Farben oder 20, 30 Farben. Das brauchst du am Anfang noch nicht. Kannst du dann machen, wenn du gesagt hast, okay, ich fand das jetzt schön, ich habe das Hobby angefangen und ich möchte jetzt hier weiter investieren. Ich weiß, dass ich das länger mache. Dann kannst du beliebig aufrüsten, so wie ich und dann irgendwann mal 50, 60 Farben oder was auch immer du brauchst kaufen. Okay, kommen wir zum dritten, sehr, sehr wichtigen Punkt, die Trocknungszeit. Und ich kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, für mich ist die Trocknungszeit ein riesengroßer Vorteil. Die ist nämlich sehr, sehr lang. Was bewirkt das? Wenn du gerade Anfänger bist, muss ich sagen, diese lange Trocknungszeit hat sehr, sehr viele Vorteile für dich. Und zwar stell dir mal vor, du willst irgend so einen Übergang malen oder einen Himmel, der ein bisschen weiter außen orange ist und dann ein bisschen heller wird zum Grund. Und wenn du sowas mit Acrylfarben machst, also mit Farben, die jetzt sehr schnell trocknen, dann wirst du da richtig schwere oder richtige Probleme bekommen, das schön einen Übergang zu bekommen. Man kann es natürlich auch machen, gar keine Frage, aber da musst du dann sehr schnell arbeiten, rum, zack, 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 dass du das gerade so hinbekommst, dann ist es schon angetrocknet. Bei den Ölfarben hingegen, da kannst du solche Übergänge so, so einfach machen. Und zwar, du bringst es einfach auf, bringst die andere Farbe auf, die sollten natürlich schon ein bisschen beieinander liegen. Und dann vermischst du das mit einem anderen Pinsel und da kannst du dir sozusagen stundenlang Zeit legen, kannst zwischendrin noch ein Mittagessen machen, gehst wieder hin, machst weiter. Das ist wunderbar. Es ist auch von daher wunderbar, dass du dich selbst sehr einfach korrigieren kannst und was bei anderen Farben sehr, sehr schwer ist. Noch ein Beispiel. Stell dir vor, du malst jetzt dieses Gesicht hier mit Acrylfarben oder mit irgendeiner anderen schnell trocknenden Farbe. Dann merkst du in diesem Bereich, das ist zu dunkel oder das ist zu rot oder das ist zu grün. Bei Ölfarben gar kein Problem. Du hast stundenlang Zeit, dann einfach ein bisschen weiß zu nehmen oder einen anderen, helleren Ton und dann ein bisschen reinzutupfen und es einzumischen. Das ist das Wichtige dabei, weil die Farbe ist noch feucht und du kannst die sozusagen noch auf der Leinwand mit reinmischen und es aufhellen. Und hast trotzdem einen super Übergang, weil es eben nicht auf die getrocknete Farbe draufgelegt ist, sondern es ist noch feucht und du kannst es reinmischen. Deshalb also super. Du kannst es auch wieder wegwischen natürlich, wenn es nichts war. Deshalb, das ist mein dritter Punkt. Die Trocknungszeit der Ölfarben ist sehr lang, aber es ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Vorteil für Anfänger und auch für Profis. Kommen wir zum Punkt 4 des Grundlagenwissens, das ich dir erklären möchte. Und zwar geht es jetzt nochmal ein bisschen detaillierter um die Lösungsmittel, Öl und was es da sonst noch so gibt, was du zu deinen Farben hinzumischen kannst. Wie vorher bereits erwähnt, gibt es natürlich ganz normal dieses Lösungsmittel, das du verwenden kannst für eine sehr magere Mischung. Das werde ich dir im nächsten Punkt nochmal erklären. Und es gibt verschiedene Öle, also zum Beispiel jetzt dieses hier, das ist Leinöl. Hier habe ich auch nochmal ein anderes Leinöl. Es gibt also verschiedene Öle, die verschiedene Trocknungszeiten nochmal haben, die verschiedenen Glanz vielleicht auch haben. Da gibt es also unterschiedliche Sachen, die du in deine Ölfarben reinmischen kannst. Was gibt es aber noch? Es gibt noch verschiedene andere Malmedien. Das ist jetzt also kein reines Lösungsmittel mehr. Das ist jetzt zum Beispiel eine Mischung, wo noch irgendwas mit drin ist, das das Ganze dann zum Beispiel noch langsamer trocknen lässt. Oder in dem Fall hier jetzt deutlich schneller trocknen lässt. Dann gibt es da noch Unterschiede, wie gesagt, ob was mehr glänzt, weniger glänzt, ob was flüssiger ist oder weniger flüssiger. Das alles kannst du mit diesen Medien, die du zu deinen Ölfarben hinzugibst, beeinflussen, sage ich jetzt mal. Ich persönlich bin hier sehr einfach unterwegs, einfach nur mit Lösungsmitteln und mit dem Leinöl komme ich super zurecht. Damit kann ich alles machen. Was ich selten mal benutze, ist dieses Likin, eigentlich nur für Workshops, weil bei Workshops will man ja fünf Tage am Stück malen. Wenn ich jetzt am ersten Tag eine Schicht male, möchte ich, dass die am nächsten Tag trocken ist und ich wieder darauf malen kann. Dafür nehme ich dann das Likin, dann kann ich mit ein bisschen Glück am zweiten Tag schon wieder auf die nächste Schicht gehen. Deshalb dazu Medien. Ich denke, es ist klar geworden, für was die da sind. Wenn du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare. Wie bereits angekündigt, möchte ich dir nun in diesem Punkt auch nochmal sagen, was Fett auf Mager bedeutet. Einfach ganz kurz erklärt, weil wir gerade schon bei diesen Medien und Lösungsmitteln sind. Fett auf Mager bedeutet, dass du unten die erste Schicht, wenn du in mehreren Schichten malst, sehr mager malst. Das heißt, ohne Öl oder mit sehr, sehr wenig Öl in deinem Lösungsmittel drin. Du kannst da zum Beispiel nur das Lösungsmittel nehmen, dann wird die Schicht aber sehr, sehr dünn und sehr, sehr flüssig. Du kannst schon ein bisschen von dem Öl mit dazugeben, nicht viel. Jetzt sagt man mal 10, 15 Prozent Ölanteil. Und dann gehst du einfach immer höher. Also wenn du jetzt die zweite Schicht malst, nimmst du zum Beispiel 50 Prozent Öl. Wenn du die dritte Schicht malst, nimmst du 75 Prozent Öl. Was meine ich jetzt genau damit? Ich habe ja von diesen zwei Behältern geredet. Wenn du diesen auffüllst, machst du einfach halb-halb, misch das ein bisschen durch und schaust, dass es auch schön vermischt bleibt und dann kannst du das benutzen. Eine Frage, die ich noch oft habe, die ich mir damals auch selber als Anfänger gestellt habe, ist, wie mische ich denn jetzt die Farbe eigentlich da überhaupt ein? Bringe ich die jetzt da in den Topf rein oder was? Nein, es ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst dir dann einen Pinsel, gehst in deine Mischung, die jetzt zum Beispiel fett oder mager ist und bringst dir zum Beispiel einfach hier einen so einen kleinen Strich auf, der sich dann hier hält. Dann, wenn du die Farbe mischt oder wenn du beim Malen bist, gehst du ein bisschen da oben rein und gehst dann in deine Farbe rein. Warum mache ich das so? Weil du für jeden Bereich in deinem Öl, also wenn du jetzt auf Profi-Level bist, wirst du eine andere Konsistenz brauchen. Zum Beispiel ein so ein feines Haar, das ist irgendwo in der Mitte, das ist schon sehr flüssig, aber es darf auch nicht zu dünn sein, um dann ein so ein Haar lang zu ziehen. Dann, wenn ich hier eine Haut mal, wo ich jetzt Poren reinkriegen will, da brauche ich mehr Pastilles. Das heißt, das ist auch nochmal, das kannst du dann auf deiner Mischpalette sehr gut steuern. Was passiert, wenn du dich nicht an diese Regel hältst? Fett auf mager, dann werden die Schichten unterschiedlich schnell trocknen und dann kriegst du Risse in deinem Bild. Das ist also sehr, sehr schlecht. Versuche also dich, wenn du in mehreren Schichten malst, an diese Regel zu halten. Das ist sehr wichtig, damit dein Kunstwerk auch langlebig bleibt. Okay, kommen wir zur Sicherheit. Ganz viele Leute haben mich schon gefragt, ist das Ganze eigentlich gesundheitsschädlich? Kann ich das ohne Bedenken machen, also die Ölmalerei, oder soll ich lieber mit anderen Farben malen, die vielleicht auch gar nicht so unschädlich sind? Und deshalb greife ich das Thema jetzt hier auch mal kurz auf. Es ist ganz klar, Ölfarben und Lösungsmittel soll man nicht trinken, soll man nicht essen, da soll man sich nicht mit einreiben und man soll es auch nicht irgendwie, wenn man was abschleift, den Staub davon einatmen und man muss natürlich auch mit dem Lösungsmittel sehr vorsichtig sein. Gar keine Frage. Aber trotzdem, ganz klar meiner Meinung nach, kann man das Ganze auch komplett sicher machen und braucht sich da keine Gedanken machen. Es gibt so viele Künstler auf der Welt und die Produkte werden auch stark überwacht. Also meiner Meinung nach braucht man sich da nicht so viele Gedanken machen, also Gedanken schon. Aber wenn man sich damit befasst und man schaut die Grundlagen, was ist wichtig, dann ist das Ganze ohne Bedenken machbar. Darüber hinaus möchte ich aber auch nochmal darauf eingehen. Ganz typisch ist die Frage halt wegen dem Lösungsmittel. Lösungsmittel dampft natürlich sehr stark und ist natürlich sehr gesundheitsschädlich, wenn man das viel einatmet. Und manche Leute, wie gesagt, sagen das dann bei Likin und anderen Stoffen auch. Es stimmt auch natürlich. Also man sollte da schon vorsichtig sein. Stark belüfteten Raum und so weiter. Was ich aber eigentlich sagen will, es gibt mittlerweile auch schon Alternativen. Ich habe da jetzt eine erst heute im Internet gefunden. Die habe ich noch nicht selber getestet, werde ich aber auf jeden Fall machen. Und zwar ist es von Gunpleen Solvent Free Liquid heißt es. Also lösungsmittelfreies Flüssigkeit. Und die soll sehr gut sein, um damit zu malen und diesen Lösungsmittelansatz rauszukriegen. Man muss es aber auf jeden Fall mal testen. Ich werde es auf jeden Fall testen und sehen, wie die Ergebnisse damit sind und vor allem auch, wie das dann über Jahre ist, kann man natürlich nicht sofort sagen. Kann man aber bei anderen Mitteln auch nicht. Da gibt es aber auf jeden Fall Möglichkeiten. Auch hier Pinsel reinigen ist halt immer so eine Frage. Macht man normalerweise auch mit dem Lösungsmittel oder mit einem lösungsmittelhaltigen Pinselreiniger? Es gibt Alternativen. Ich muss aber ganz ehrlich sein, die sind niemals so stark wie das Lösungsmittel an sich. Vielleicht gibt es noch welche, die ich nicht kenne. Das ist bis jetzt meine Erfahrung. Deshalb, wenn du malst, wenn du deine Pinsel waschst, mach alles auf. Wenn du willst, kannst du dir auch Gummihandschuhe anziehen. Das machen sehr viele. Mal dich nicht voll, esse es nicht, bring es weg von den Kindern und hab immer eine gute Lüftung. Das ist alles, was ich beachte. Jeder muss es für sich selber nochmal ein bisschen wissen. Ich bin jetzt auch nicht der Chemiker, aber so mache es ich. So machen es die ganzen Künstler, die ich kenne. Am Ende ist es eine eigene Entscheidung. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar dem Firnis. Da gibt es auch immer wieder Fragen dazu, gerade von Anfängern. Was mache ich, wenn mein Bild fertig ist? Muss ich das irgendwie versiegeln und so weiter? Ja, das solltest du machen. Hier gibt es aber ein paar ganz wichtige Sachen zu beachten. Ich werde es jetzt nur ganz kurz mal zusammenfassen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Wenn dein Bild also fertig ist und so trocken ist, dass du drauf langen kannst, dann kannst du einen sogenannten Retouchierfairness aufbringen. Den gibt es als Flüssigkeit oder zum Sprühen. Ich benutze den zum Sprühen eigentlich meistens. Und den kannst du direkt aufbringen. Der lässt noch zu, dass ich das, ich weiß nicht, wie es genau chemisch ist, aber dass das Gemälde, dass die Farbe im Endeffekt noch arbeitet, dass ich das ausdehnen kann, dass es trocknen kann, ohne dabei Risse zu bekommen und irgendwelche Probleme zu haben. Dann wirklich erst nach ungefähr einem Jahr, also wie gesagt, plus, minus ein paar Monate, sollte man diesen finalen Firnis aufbringen. Das ist dann die komplette Abdichtung sozusagen. Und den bringt man wirklich erst zu spät auf. Deswegen ist halt immer wieder das Problem, wenn man jetzt eine Ausstellung hat und gerade mit dem Bild fertig ist und man will es aber trotzdem hinbringen, man darf diesen finalen Firnis nicht aufbringen, sondern nur den Retouchierfairness. Dann glänzt das Ganze schön, dann ist es versiegelt, schaut gut aus. Aber das ist hier ganz wichtig zu wissen, am Ende dein Gemälde versiegeln, wenn du möchtest. Und damit sind wir durch mit den Punkten. Ich hoffe, du probierst es einfach mal. Wie gesagt, ich kann es dir nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe mich nie getraut anzufangen. Ich habe gedacht, das ist so kompliziert. Ich hatte da die Blockaden, dass ich gesagt habe, hey, das kostet ein bisschen viel. Wir kennen es ja alle. Aber dann habe ich mal angefangen und siehe da, es ist nicht nur ein Hobby gewesen, es ist wirklich auch zum Lebensinhalt geworden, wo ich richtig glücklich drüber bin. Deshalb probiere es aus, du hast nicht viel zu verlieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne mal einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal. Es kommt hier noch sehr viel mehr zum Ölmalen, Zeichnen, einfach zu einem kreativen Lifestyle. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du Fragen hast. Wie gesagt, unten immer gerne reinschreiben. Bis dann, ciao.